Hallo Leute und herzlich willkommen zurück bei TechTown. Nur dritte mal mit wem. Hohohoh Leute. Phipps. Hallo, hallo, ja. Hier ist Phipps. Ne, nein. Selbst das kann ich nicht imitieren. Was ich jetzt machen wollte, ich heut nach deiner Rüstung guck... Oder kannst du jetzt mittlerweile schnell fliegen? Äh, ne. Ja dann... Also es geht, aber auf jeden Fall nicht so schnell wie du. Gif, gif, gif mich mal dat Ding. Hier. Wo... Ah, wie denn? Äh, warte. Alle? Ja alle. Muss ja gucken... Hier kriegst du auch. Wo... Der Schuh drückt. Aber ich bin voll, okay. Äh, jetzt hast du deine... Power Dingens wieder aufgenommen. Thank you. Äh, okay. Müssen wir jetzt mal gucken, was du da... Was du da hast. So, warte mal. Das ist meine Rüstung hier. Was hast du denn du für Batterien drauf? Die High Voltage. Und dann 3 Millionen. Auf jedem? Brauchst du nicht. Nimm mal... Eine runter. Zwei runter. Drei runter. Drei runter. Du brauchst nur eine mit 5 Millionen. Das reicht vollkommen. Reicht deswegen, weil... Hast du deine Beine den... Kinetic Generator eingebaut? Ja, hast du. Ja, und das Solar Dingle auf dem Helm. Den... Ja. So, den Hörfrakapazitor kam weg. Äh, echt. Du brauchst nur einmal 5 Millionen und die gehen eigentlich... Sollten eigentlich nie leer gehen. Okay. So, das Jetpack hast du. Paracute... Braucht man jetzt auch nicht unbedingt... Ach, hier. Den Kleider hast du noch. Was hast du denn noch? Hast du in den Schuhen die... Die Jetboots hast du drin? Das ist gut. Sprint assist. Also du hast ja alles eingebaut. Ja, das hat auch mächtig lange gedauert. Ja, ich fang mich grad, ob das so gut ist. Äh, ich weiß es jetzt nicht. Jetboots? Jet... Schockabsorber. Das hab ich auch. Ach, du hast die... Du hast die... Diamond Plating. Ja. Ja, ich hab die... Ich hab den Energy Shield. Deswegen bin ich leichter und kann besser sprinten. Ich muss mal gucken, ob ich noch von den... Forcefield-Emmitern noch was habe. Ansonsten muss ich... Müssen wir die mal bauen, aber... Die gehen eigentlich. Die sind nicht so teuer. Advanced Circuit können wir ja... Wie viele brauchen wir denn? Wir brauchen... Vier mal... Vier mal zwei. Okay. Also erst... Wow. Erstmal acht Energy... Electronic Circuits. Können wir die machen? Ja, können wir die machen. System? Geil. Sehr gut. Äh... Ich muss dann nochmal ein bisschen Junglewood sammeln, eventuell. Muss ich mal gucken. So... Hier sind acht Electronic Circuits. Da brauchen wir noch... Lapis. Habe ich hier noch was drin? Wir haben 1000 oder so. Ich gucke, ob ich hier vorne noch was drin habe. Ja. Habe ich nicht. Äh... Redstone... Und... Lapis. Lapis. Und... Einmal Glowstone. Auch noch. Ähm... Das Advanced Extractor... Ne Quatsch. Provider Module wollte ich auch noch dran machen, aber... 1... 2... 3... 4... Und... Aha. 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 I like it. Okay. Äh... Enderpellen und Solenoid. Das heißt, für einen brauchen wir... 4? Okay. Vier mal... Okay. Hm. Moment. Ganz kurz. Okay. Da ist die Affenaube abgeschmiert und ich habe es noch nicht mal gemerkt. Was zur Hölle. Also da ist mir ein FPS Overlay echt lieb. Von Fraps oder so. Aber ne. Man kann nicht alles haben. Äh... Herzlich willkommen zurück bei Tech Town. Die Folgen muss ich zusammenschneiden. Na verdammt. Äh... Wir haben eigentlich nicht viel gemacht. Wir haben nur da hinten die Query neu aufgestellt. Ich habe Lelos Rüstung ein bisschen modifiziert. Äh... Wie viel ist denn jetzt noch drin geblieb vor der Aufnahme? Äh... Vier Minuten. Na ist nicht so schlimm. Äh... Kriegen wir schon irgendwie wieder hin. Ich muss mal hier F7 bitte ausmachen. So. Äh... Ich brauche ein bisschen Erde. Weil wegen... Verdichtung. Keine Ahnung. Wir haben 49.000 Erde. So. Nebenbei. Das geht ja noch. Und... 300.000 Cobblestone. Hehehe. Hehehe. Geil. Hehehe. So. Ich muss hier nochmal eben ein bisschen äh... unsere Fläche wieder erweitern. Dann kommen da die Tanks hin. Wupp 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 wupp. Wupp 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 wupp. Weil das ist nicht gut. So. Und das macht ziemlich Spaß. Glaube ich dir. Äh... 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 Ich baue jetzt hier grad diesen Anker. World Anchor oder so. World Anchor. Damit ich den hier näher bei der Quarry hin platzieren kann. Achso. Da hinten stand aber schon einer bei der Quarry, ne? Jaja. Aber... Der Trunks ist, dass der äh... nicht reicht. Wieso denn der nicht reichen? Der lädt 9x9 Chunks. Ich hab keine Ahnung, wie groß ein Chunk ist. Alter, der reicht bei weitem. Mach keinen Scheiß. Ah, okay. Außerdem lädt die Quarry ihre Chunks ja auch noch selbst. Das heißt, du musst eigentlich nur die Energieversorgung laden. So. Ich brauch Glas. Gib mir Glas. Okay. So. Mehr Glas. Mehr Glas für mich. So. Dann haben wir nochmal 16... Tanks. Hier sind die Tanks. Was ich dann brauche? Redstone Engines. Musst du noch basteln. Beiwand noch im, äh... Dingens. Ja. Musst du mal gucken. System. Wir müssen ja aufs Tank. Okay. Jetzt hab ich erstmal 5 Tanks. Die dürften ja erstmal reichen, wenn ich die 5 hoch mache. Und dann wird hier nämlich erstmal das Öl drin gespeichert. Bäm. So. Den brauch ich nicht mehr. Okay. Ähm. Du weißt, dass man die Tanks auch für die Pumpen braucht, ne? Äh. Fail. Egal. Uff. Yolo. Ah, du hast doch noch einen, ne? Ja, ja. Den hab ich hier. Aufgesummelt. Ja, gut. Dann kannst du mir den geben. Wir brauchen eigentlich noch einen für die Pumpe. Miningwell. Miningwell. Ein Iron Gear. Was für eine Innovation. Haben wir gleich mal ein paar mehr. Ich glaub wir brauchen noch welche, ne? Äh. Wood. 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 Wir brauchen dringend noch die, äh, die neue Query. Das Eisen geht schon wieder zur Neige. Das geht zu schnell. Hey, Liga. So. Iron Gear. Eine Eisenspitzhacke. Und einfach so Eisen, okay? Tja, easy. Und einfach so Eisen, okay? Tja, easy. Und einfach so Eisen, okay? So. So. Eine Pumpe, zwei nur Redstone Engines, und dann kann die Party beginnen. Zwei dürften, naja. Hier. Ja, vier. Wohl, das sind aber auch nur, äh, das sind aber auch nur, hier, bei Quellen, ja? Das sind zwei Eimerfolgen. Die können wir auch theoretisch abtransportieren. Nein, das geht doch bis runter. Das ist so eine riesen, riesige, wenn du mal in die Ölquelle reinfliegst, dann siehst du, dass es da über zwei drunter geht. In die? Bis runter. Ja, hier, die Ölquelle. Hier meine ich. Die hier. Die hier? Die hier. Und da siehst du, dass es über zwei drunter geht. Ja, aber das ist alles nur, das ist, äh, so als wenn du einen Wassereimer platzierst. Nein, ohne Scheiß. Das, das Öl, äh, hat sie, das ist wie Lava. Das ist, jeder einzelne Block ist ein Eimer. Und unten ist eine riesige Ölblase. Am, am Boden. Okay. Deswegen will ich sie abpumpen. Deswegen. So, bisschen Holz. Brauchen wir wieder mal. Äh, Pissens. Verdammt. Ich brauche Pistons. Habe ich jetzt noch Holz, ja. Wollte schon sagen. Vielleicht noch ein paar mehr. Loll. Alter, ich erschrecke mich da immer übelst. Ja. Cool, fuck. Redstone Engels. FDW. So. Jetzt können wir los. Äh, habe ich noch ein bisschen Cobblestone oder Erde. Ja. So, lass die Magie beginnen. Wie gehen wir da am besten ran? Wir brauchen eine Vorgehensweise. Ja. Wir können ja so einen Bohrturm bauen. Ja, habe ich auch vor. Ja, sowas für eine Art. Ja. Nein. Hast du auch diese Faced Pipes? Ja. Äh, hab ich im System, bin ich jetzt nicht dabei. Aber ruhig. Soll ich eben holen? Äh, ja, die heißen Faced Waterproof Pipes. Soll ich es eigentlich finden. Jupp. Ich hoffe, die ist jetzt richtig platziert. Ja, ist, ist. Gut. Eins, zwei, drei, vier. Und dann noch, äh, ja gut, die kann ich hier auch noch holen. Na, ich bin jetzt grad hier. Warte, ich bin gleich da. Äh, zwei Waterproof Pipes, ne? Ja. Ja, Faced Waterproof Pipes sind eigentlich da. Oder? Jo. Okay. Die wollte ich eigentlich nehmen, die golden Dinger. Hihihi. Okay. Äh, was wir noch brauchen ist, die müssen jetzt... Ja, eine muss hier dran, an den, an den hier. Guck mal was ich hab hier. Guck mal, guck mal. He, he. Kannst du nicht, ne? Wo denn? Über dir. LOL. Äh, ja, eine muss hier dran, an den äußersten Turmen hier. Warte, ich hatte das so gedacht, warte. Pass auf. Weil, äh, wenn du die, ähm, wenn du die, ähm, wenn du jetzt zum Beispiel hier eine Pipe ran packst, dann geht das nur bis zu dieser mittleren, äh, Dingensvoll. Nein, das geht bis oben hin. Achja, stimmt andersrum, man konnte es nur bis dahin abpumpen oder so, ne? Nein, du kannst von oben, von unten, ist egal wo du die Pumpe dran setzt. Nein, ich will, äh, mach mal die hier oben weg, ich will das nicht so machen. Ich will nur hier, hier läuft erstmal das Öl rein. Und pumpen wir das mit einer Redstone Engine von hier weiter, von hier weiter, von hier weiter, von hier weiter. Und so können wir das auch wieder zurückpumpen, indem wir einfach das Ding umstellen. Die Pipe. Okay, warte. Ich sammle mal auf. Äh, so können wir das auch ganz einfach wieder zurückpumpen. Beziehungsweise hier dann halt rauspumpen. Zurückpumpen brauchen wir es ja gar nicht. Wir pumpen es einfach von hier hin und raus. Und so läuft das dann immer weiter von Tank zu Tank. Und von am hinteren Tank ist halt immer, äh, der sollte halt immer voll sein. Wird er auch, weil so viel Benzin. Das wird halt wirklich nur eine Notstromanlage, wenn unser, äh, wenn unser Neta mal wieder leer ist. Okay, also so jetzt. Und hier jetzt die Pipe dran. So, und dann müssen wir hier eine Frequenz finden. Nehmen wir mal 50. Send and Receive. Oh! Verblick. Pass auf, pass auf, Creeper. Nicht getroffen. Hallo? Treff ich dich mal? Jetzt aber. Okay. Wow. Äh, ja, dann lass uns rüberfliegen. Äh, und was ist mit den anderen Tanks? Ja, die mach ich gleich noch. Ja, die mach ich gleich noch. Jetzt mach ich erstmal hier Dingens. Come on. Wo bist du? Seh ich nicht. Komm, warte. Warte. Okay. So, Pumpen können ja schon mal warm laufen hier. Äh, wo steht denn jetzt der Board Enter? Ah, hier. Äh, warte. Ja, dann haben wir noch eins drauf. Okay. Ja, dann einfach eine. Genau. Uh, 50. sind only. Achso, public. So. Ja. Und dann dürfte das auch gleich funktionieren. Theoretisch. Pump der jetzt Ö oder? Sollte er eigentlich. Ein bisschen. Ah ja, okay. Dann gehen wir mal rüber und schauen uns mal an, ob es funktioniert. Ah ja, es funktioniert, okay. Yay, wir haben Öl. Warum, warum? Und äh, wie, gibt's hier so einen Ölgenerator oder wie? Äh, wir müssen erstmal eine Raffinerie bauen. Dann das Öl zu Benzin machen und dann können wir mit Engines das Ganze wieder zu MJ machen und von MJ zu EU. Ist ein bisschen schwierig, aber geil. Okay. Was wollte ich denn jetzt mal? Ich wollte Redstone Engines machen. Habe ich noch Pistons übrig? Ja. Fünf Stück. Also passt. Wir brauchen vier. Ja, ich mag gleich ein paar mehr jetzt. Kann ja nicht schaden. Okay. Wir sollten noch langsam mal die Folge beenden. Oh. Ja. Können wir jetzt so ungefähr machen. Gut Leute, dann sehen wir jetzt bei der nächsten Folge wieder bei TechTown. Und macht's gut. Haut rein. Auf Wiedersehen. Tschüss. Cann taşpunk huis. weiß es auch mal rein. Genau. W bitsлючen. crocodile.